Mit dem heutigen Börsengang gab die LEG Immobilien AG 30,5 Millionen Aktien zum Emissionspreis von 44 Euro aus und erlöste damit rund 1,3 Milliarden Euro. Mit einem Börsenwert von 2,3 Milliarden Euro könnte die LEG rasch mit einem Aufstieg in den MDAX rechnen. Wir freuen uns außerordentlich mit der LEG an die Börse zu gehen. Ein großer Tag für uns, ein großer Tag für die LEG. Dafür haben wir lange gearbeitet und viel gearbeitet und es ist ein krasser Tag. Ich bin gespannt, wie er weiter verläuft. Das Unternehmen hat nach dem Mobilfunkkonzern Ortu im Oktober 2012 den zweitgrößten Börsengang der vergangenen fünf Jahre in Deutschland hingelegt und den weltweit höchsten im noch jungen Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein besonderer Tag, kann ich auch aus meiner Warte sagen. Ihr Unternehmen zeichnet sich für uns als ein Wachstumsunternehmen aus, das in Deutschland geboren, im deutschen Fundament verankert ist. 91.000 Wohneinheiten mit rund 250.000 Mietern, das ist eine beachtliche Summe. Das heißt, Sie übernehmen Verantwortung in Bereichen der Gesellschaft, die gerade, glaube ich, auch in letzter Zeit viel diskutiert werden. Und insofern gefällt mir auch sehr gut Ihr Motto, gewohnt gut. Die Aufnahme ist geschlossen, LEG Immobilien AG. Herzlichen Glückwunsch. 44,50 bezahlt LEG. Wunderbar, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute. Freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch. Alles alles Gute. Der Gang an die Börse ist natürlich nur möglich, wenn man von einem Team getragen wird. Vielen Dank und ein tolles Team, was uns über die letzten Jahre bis hierhin begleitet hat. Wir haben jetzt eine ganz neue Plattform und darauf freuen wir uns, das mit diesem Team weiterzumachen. Toll gelaufen. Herzlichen Dank.